Die größte Herausforderung beim Üben ist das vermeintliche Paradoxon zu verstehen. Je langsamer ich übe, desto schneller komme ich voran. Es reicht nicht, wenn wir das nur hier in der Birne begreifen. Das müssen wir emotional begreifen. Und wir begreifen es meistens erst, wenn wir die Erfahrung mal gemacht haben, dass es so tatsächlich am schnellsten funktioniert.